Hallo Werkzeug-Ferns, willkommen bei GoToTV, mein Name ist Sebastian und heute geht es mal um was komplett anderes und zwar nicht um Werkzeug, sondern eigentlich schon, nämlich um Werkzeug für dein Büro, nämlich die perfekte Software, um Projekte zu verwalten und am Ende eine Rechnung zu schreiben. Natürlich gibt es auch wie immer etwas zu gewinnen und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben. Wie schreibst du denn heute Rechnungen, wenn du welche schreibst oder wie bekommst du sie? Heute geht es um Office On und damit also nicht wirklich um Werkzeug, beziehungsweise wie ich vorhin schon sagte, Werkzeug für das Büro, also eigentlich eine Software für deinen Rechner, um ehrlich zu sein. Und jetzt ist es so, dass wir 2025, zum 01.01.2025, haben wir die Pflicht zur elektronischen Rechnung und da musste ich gerade dran denken. Ich habe vor ein paar Tagen Rechnung bekommen von jemandem in Excel, ohne PDF, ohne alles und so weiter und das geht halt nicht mehr demnächst, sondern du kannst nicht mehr irgendwie eine Rechnung schreiben, sondern du musst das wirklich auf einer bestimmten Form, in einer bestimmten Formvorschrift auch tun. Und deswegen gibt es jetzt von Bosch Office On eine Software, mit der du Rechnungen erstellen kannst, Angebote erstellen kannst, die einzelnen Positionen dir anschauen kannst, du kannst dir also erstellen kannst, du kannst die Zeit erfassen und deine Mitarbeiter machen und du kannst die Termine deinen Mitarbeiter koordinieren. Moment, Moment, wenn du jetzt sagst, Software interessiert mich überhaupt nicht, wenn du eine eigene Firma hast, dann wirst du so etwas brauchen, also schaust du auf jeden Fall an, wenn nicht, schaust du trotzdem an, ist mal interessant, was es alles noch so auf dem Markt gibt. Und falls du dich fragst, warum zum Teufel hat deine Werbebildkamera in der Hand, ganz einfach, die gibt es im Pro Deal momentan mit dazu. Wie das funktioniert, erkläre ich dir in diesem Video. Ich gebe es ja wirklich zu, das Thema Office On, beziehungsweise so eine Büroverwaltungs- und Rechnungsschreibende Software hört sich total trocken an. Aber wenn ich ehrlich bin, auch ich musste schon solche Software benutzen, beziehungsweise mir einrichten und das ist immer ein ewiges Graus. Jetzt musst du eine Rechnung schreiben, oh, wie machst du das denn? Jetzt meine erste Rechnung und dann muss ich alles einrichten und so weiter. Und das ist hier eben komplett anders, weil hier hast du einen Schnellstart, wo du schon nach Minuten dir alles eingerichtet hast. Lass uns das mal anschauen. Bosch hat sich mit Office On einiges einfallen lassen, denn ganz ehrlich, so eine Rechnung braucht nicht viel für Elefants, aber einige rechtliche Dinge müssen natürlich korrekt und ordentlich drin sein. Und es sollte auch möglichst gut aussehen oder vernünftig aussehen. Und deswegen gibt es hier einen super Schnellstart, wo du zum Beispiel ganz am Anfang Filminformationen festlegst. Und das Gute hier ist, du musst eigentlich nur dein Logo eingeben oder hochladen. Du kannst dein Logo hochladen. Du musst ein paar Texte hier eingeben und deine Anschrift, Bankverbindung, Kontaktdaten und so weiter und so fort. Und schon ist das fertig. Und wenn du jetzt hier auf Vorschau klickst, meinetwegen Angebot, siehst du jetzt schon, wie genial das schon nach wenigen Minuten aussieht. Und das macht total Sinn. Aber wenn du jetzt ein Angebot erstellst, dann brauchst du auch erst mal Kundendaten. Bevor wir jetzt zum Kunden kommen, können wir ruckzuck noch eine Sache durcharbeiten, nämlich wir können hier Mitarbeiter hinzufügen, wir können die mobile App runterladen, die du auf deinem Handy hast. Und dann können wir auch sogar Material und Kundendaten importieren. Und dann folgt folgendes, dann können wir den ersten Kunden erstellen. Lass uns mal anschauen, wie einfach es ist, einen Kunden anzulegen. Ich brauche hier nur auf den Button drücken, neuer Kunde und schon geht es los. Und hier ist es so, wir haben Firmenkunde, Privatkunde, ganz klassisch. Und schon mit wenigen Klicks hast du alles eingegeben. Du hast natürlich die Möglichkeit, noch viel detaillierter reinzugehen, Details einzugeben. Aber das war es auch schon. Speichern und dann folgt der nächste Schritt. Wenn wir jetzt unser Kunde haben, dann hat der Kunde auch immer irgendwie einen Auftrag, also ein Projekt in unserem Fall. Und auch hier ist es so, einfach auf neues Projekt klicken, dem einen Titel geben, nennen wir es mal Einfahrt, pflastern. Jetzt können wir noch irgendwas beschreiben, machen und tun. Und jetzt können wir schon den vorher angelegten Kunden auswählen und klicken auf erstellen. Und das war's. Und irgendjemand muss das Ganze ja jetzt aber auch machen. Also wir brauchen mindestens einen Mitarbeiter. Und wenn du es halt am Ende auch selber bist, das ist genauso einfach. Du klickst hier nur auf hinzufügen und dort sagst du einfach, welche Rolle hat der. Dann sagst du Vorname, Nachname und so weiter. Und schon ist der auch schon angelegt. Und dann können wir einen Termin vereinbaren. Und hier ist die Software genauso leicht wie bei allen anderen Themen und eigentlich sehr intuitiv. Nämlich du sagst neuer Termin, wählst deinen Kunden aus, wählst dein Projekt aus und dann geht es auch schon los. Hier kannst du den Tag festlegen, die Uhrzeit festlegen, auch von wann bis wann das Ganze laufen soll. Ob es ein einmaliges Ereignis ist oder mehrmals und so weiter und so fort. Du kannst natürlich auch Mitarbeiter zuweisen und das ist ganz wichtig. Und jetzt kannst du was echt Cooles machen. Nämlich du kannst das Mobiltelefon und die mobile Nummer von deinem Kunden dort mit eingeben. Hab ich jetzt hier mal gemacht. Und dann kannst du hier auch SMS Bestätigung senden. Und in dem Moment, wenn du jetzt folgendes gemacht hast, nämlich dein Mitarbeiter hat die App hier auf seinem Handy, passieren hier danach auch gleich zwei Dinge. Erstens, dein Kunde hat eine SMS, wo der Termin bestätigt wird. Für dich als Kunde immer mega gut, weil dort hast du den großen Vorteil, du bist nochmal erinnert und du hast wirklich so eine positive Bestätigung. Das muss auch keiner den Kunden nochmal anrufen machen und tun. Zusätzlich ist es so, dass dein Mitarbeiter auf der App auch den Termin nochmal draufsteht. Er hat einen Termin, Vergabe bzw. eine Übersicht, wann was passiert. Jetzt hast du all das fertig gemacht. Jetzt fährt dein Mitarbeiter raus. Was würde er normalerweise machen? Er hat einen Zettel und einen Stift dabei, schreibt das hier auf und dann bringt er dir das ins Büro. Und irgendwann weißt du dann, was hat er gemacht? Wie lange war er eigentlich da? Erinnert er sich überhaupt noch dran, wie viele Stunden er unterwegs war? Das kannst du hier alles ganz anders machen. Und kannst du seine Schrift lesen? Also meine könntest du nicht lesen. Sei es drum. Der Mitarbeiter hat jetzt seine Aufgabe ja auf seinem Handy, kann auf dem Handy genau eintragen. Auch wie lange er gebraucht hat. Er kann alle Informationen hier eintragen und es gibt dadurch auch keine Übertragungsfehler. Und in dem Moment, wenn das hier abhakt, hast du schon im Büro alle Informationen. Kannst das wiederum für dich einmal kurz kontrollieren und dann kannst du in dem Moment schon eine Rechnung schreiben. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass 2025 das Thema Rechnungsstellung elektronischer Pflicht ist. Zusätzlich ist aber auch das Thema Zeiterfassung genauso Pflicht. Und das können wir hier auch in diesem Tool bzw. in der App machen. Wir haben hier einen Reiter Zeiterfassung und da sehen wir, dass die Mitarbeiter ihre Zeiten hier erfassen können bzw. jeder kann das einzeln machen. Und hier hast du eine Übersicht über alle Zeiten deiner Mitarbeiter. Ein Thema, was man übrigens nicht vernachlässigen darf bei der ganzen Sache ist, du hast das alles gemacht, das ist alles wunderschön. Deine Kunden sind zufrieden, du bist zufrieden, du hast deine Rechnung gestellt, die Rechnung werden bezahlt. Alles ist super, aber dann kommt etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich dann kommt der Steuerberater. Steuerberater. Viele von euch werden einen haben, da muss man natürlich die ganzen Daten von hier zum Steuerberater übergeben. Und dafür gibt es natürlich eine sehr gute Schnittstelle, die direkt die Daten zum Steuerberater übertragen kann. Ich weiß, es war nur ein Schnelldurchlauf, aber ganz im Ernst, noch einfacher geht es eigentlich gar nicht. Und ja, die Zeit in der alten Papierrechnung und der alten Klatten und der alten Excel-Rechnung, diese ist einfach mal vorbei, spätestens ab 2025. Und wenn ich mir die Software angucke, ist es wirklich so, dass du das super schnell für dich einrichten kannst und dann auch sehr intuitiv bedienen kannst. Du kannst dir eine Rechnung anlegen, deine Kunden, Zeiterfassung, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das hört sich erst mal an. Boah, was ist das für eine Software? Aber ihr habt ja eben gesehen, das sieht auch wirklich schön einfach intuitiv zu benutzen aus. Und wenn du dich jetzt fragst, was kostet das Ganze? Momentan gibt es ein sehr gutes Angebot im ProDeal. Dröseln wir das mal nochmal genauer auf. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, das Ganze für zwölf Monate als Abo abzuschließen. Und wenn wir uns jetzt folgendes vorstellen, nimmst du einmal ein Handy, also eine Handy-Lizenz und eine Desktop-Lizenz, dann würde das Ganze monatlich rund 90 Euro kosten. Wenn du jetzt das Ganze machst und das Ganze abschließt, dann kannst du in den ProDeal gehen. Übrigens bei 24 Monaten wird es etwas günstiger, sind wir so bei etwas über 70 Euro. Aber wenn wir uns jetzt mal die 12-Monats-Lizenz anschauen und den ProDeal nehmen, dann kannst du folgendes machen. Du kannst die Wärmebildkamera, dann bekommst du diese Wärmebildkamera einfach gratis zugeschickt. Und die kostet schon ein paar Euro. Die bekommst du als Komplettpaket, als Koffer, mit Akku, mit Lader, mit allem drum und dran, einfach gratis dazu, wenn das kein Angebot ist. Und Leute, es wird jetzt richtig verrückt, denn du kannst das Ganze zwölf Monate nimmst du, du bekommst schon deine Kamera dazu. Da kannst du dann immer noch oben drauf dir einen Rabatt holen von 30 Prozent mit diesem Code. Wahnsinn! Aber Achtung, der Code ist hier eingeblendet, aber darunter das Datum beachten, denn bis dahin gilt das Ganze nur. Also jetzt zugreifen. Und aus gegebenen Anlass habe ich hier noch eine Sache für euch, und zwar die neuen Geräte von Bosch sind angekommen. Und diese drei möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Wir haben hier den neuen 3x360-Grad-Laser. Wir haben hier den Kreuzlinien-Laser. Und eine Sache, die sich bestimmt sehr, sehr viele von euch gewünscht haben, ist der neue Multi-Detektor. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ich mir die Geräte mal näher angucken soll. Für euch sind sie unten schon in der Videobeschreibung verlinkt. Ich muss sagen, dass Bosch mir sagt, es kommt eine neue Software, habe ich gedacht, oh mein Gott, das wird echt kompliziert. Das wird so ein ganz schlimmes Ding, wo man sich jahrelang reinarbeiten muss und so weiter und so fort. Und das ist eben genau nicht geworden. Es ist wirklich einfach. Es geht schnell, es ist intuitiv und du kannst es nach wenigen Minuten oder Stunden einsetzen. Und ich kann euch nur sagen, guckt euch das mal an. Auf der Webseite gibt es eine Demo. Du kannst ja auch einen Beratungstermin dort buchen. Also einfach mal wirklich anschauen und überlegen, ist das genau die richtige Lösung für dich, um schnell und effizient das Thema einfach vor dich abzuhandeln. Denn du willst doch eigentlich raus zum Kunden oder so schnell wie möglich eine Büroarbeit fertig haben. Schreib mal unten in die Kommentare, ob du schon Erfahrung gesammelt hast oder was hältst du davon bzw. wann hast du das letzte Mal eine Excel-Rechnung bekommen. Oder selbst geschrieben, dann schreib es mal unten in die Kommentare, dann wird es echt Zeit zum Wechseln. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.